Wir sind heute wieder auf der Suche nach den Backroom-Morphs. Ein neues Update hat viele verschiedene neue Monster zum Vorschein gebracht. Wie den Zugfresser, Teletubbies und viel, viele mehr. Können wir sie alle finden? Los geht's! Yo, Kaspar! Guck mal, wir sind in den Backrooms! Alter, ich sehe es schon hier auch. Guck mal! Hä? Was ist das denn hier? Einsammeln? Das ist ein Gratiswurf. Was? Stimmt! Ach, den hab ich schon. Pass auf, hinter dir! Ich weiß, ich weiß. Hinter dieses Dingens, ne? Alter, einfach Pocky-Benny. Hier gibt es jetzt mega, mega viele Morphs. Ich hab schon ein paar freigeschaltet. Also, wir müssen auf jeden Fall die machen, die schon... Ich hab noch gar keine freigeschaltet. Also, hier gibt es so Monster. Also, gibt es jedes Morph auch als Monster? Versteht ihr das richtig? Also, das Dingens, pass auf, du musst halt immer bei diesen... Wollen wir den hier in die Falle locken? Warte mal, was ist denn hier? Yo, das war direkt ein Morph! Zeig mal, warte mal! Hä, wer ist das denn? Entity-Five! Ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ich glaube, wir können jetzt hier durch zum Portal, ne? Lassen wir uns das reparieren. Mach mal an, da geht das? Oh, ja! Und durch hier! Yo! Alter, jetzt sind wir in so einem geheimen Verlies! Ich weiß, ich weiß, um jeden Morph freizuschalten, muss man immer irgendwas machen. Das ist halt immer... Ja? Den muss man nicht so finden, den muss man schon wirklich sicher arbeiten. Lol, wie geil ist das denn gemacht? Warte mal, wir sind blind. Guck mal hinter uns. Da ist der auch noch einen Morph rum. Oh mein Gott, du hast recht! Haben wir einfach übersehen. Den hab ich, glaube ich, echt fast übersehen, ne? So, sehr gut. Was ist das für einer? Das ist irgend so eine Ente. Mäskelt, das ist so ein Maskottchen, ne? So ein Enten-Maskottchen. Wo bist du? Kein Problem, ich bin... Ah! Ich bin dein Klinter, dir. So, okay. Oh, jetzt einfach rüber hier, komm. Dann schön jetzt hier... Ey, was glaubst du, was glaubst du ist das gruseligste Morph, was man hier finden kann? Ähm, ich glaube... Also, warte... Ich glaube, das gruseligste Morph ist schon so der Zugfresser, muss ich sagen, ne? Boah, stell dir vor, den findet man! Hä, Mann, den findet... Da drüben ist der... Da unten wartet sogar ein Monster gerade, guck mal! Stimmt, das ist das Monster, was wir da vorne bekommen, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Oh mein Gott. Ja, also, ich würde auf jeden Fall... Hey! Ich bin fast runtergefallen, ne? Boah! Okay, jetzt hier ganz... Ich bin mal hier und zack! Ganz vorsichtig! Alter, wie krass! Ja, Mann, jetzt haben wir das! Jawohl! Ey, das ist glaub ich, was ist das denn Ding? Entity 3! Aber wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus... Wie kommen wir wieder raus? Ja, wir müssen jetzt hier einmal ganz kurz zurückgehen. So, hier können wir nämlich hochklettern. Oh! Ah! Okay, du kürzt hier mal ganz kurz ab. Ja, passt. Hier rüber. Und dann können wir, glaube ich, hier runterspringen. Ja. Und dann spawnen wir wieder an Anfang und dann kannst du hier durch die Tür wieder durchgehen. Ah! Okay, gut zu wissen! Dann let's go! Zurück! Ey, aber krass abgeholt da! Warte mal! Hier müssen wir anscheinend die richtige... Die richtige auswählen? ...Tür wählen? Soll ich mal durch hier? Oh nein! Ach, die richtige Truhe! Oh nein! Er sagt... Warte mal, er sagt hier die hier! Nein, er sagt die hier, aber er sagt auch die hier! Ich kann vorstellen, dass es ein Doppelbait ist! Ich sag, die hier ist es! Ha! Mach auf! Hä? Ich hab... Ich hab eins! Ich hab auch eins! Stimmt, ich hab auch eins! Mach das mal auf! Das geht gar nicht, lol! Das geht gar nicht! Lol, das ist ja immer voll up checken können, hier überall geht, kann man das gar nicht öffnen, außer die eine! Ach so! Das war voll der Bait! Okay, gut zu wissen dann anscheinend! Was haben wir hier jetzt für eine? Guck mal hier, gucken wir in den Tresor hier! Mach mal auf den Tresor! Oh mein Gott! Ich bin reingefallen hier! Oh nein! Ah, hier ist glaube ich Dingens! Hier ist glaube ich der... Nichts Krokodil, ne? Ne, ne, ich glaube hier ist glaube ich Patrick! Also ich denke es, hier ist Shrek auf jeden Fall! Aber hier hattet ihr auch Patrick gesehen und den Patrick brauche ich noch, ne? Den hab ich noch nicht gefunden! Hier, warte mal, ich kann das reinmachen hier! Zack! Film reingemacht und jetzt? Jetzt kannst du so dieses Tape reinmachen! Ich glaube... Da! Dora! Da ist einfach Dora drauf! Ne, das ist Dingens, die Adventure Run! Hä? Ah, das ist doch Dora, oder nicht? Oh mein Gott! Jetzt fährt sie auf einmal weg! Hä? Dieses auch gerade dieses Lachen? Ja, ja! Und ich hab auch da jetzt wohl hier auf einmal... Jetzt steht hier, ich werd gejagt! Steht hier! Okay, ähm... Ja, ich glaube wir müssen... Alter! Oh mein Gott! Der von Schreck der Esel! Ich weiß, der Esel ist da auf jeden Fall noch! Oh Gott! Warte, ich schnapp dir jetzt hier... So, ey! Oh, pass auf da! So, jetzt war das Ding auf hier! Aua! Warte, ich hab's aufgemacht! Mach auf! Ich hab's aufgemacht! Ich hab's aufgemacht! So! Okay, ich bin durch! Und ich glaub, hier war irgendwo auch noch Patrick! Weil ich brauchte... Patrick! Äh... Wow, 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 wow! Durch hier! Ja! Es geht nicht auf! Wie, es geht nicht auf! Es geht nicht auf! Muss man die Holzbretter alle abmachen, oder was? Ja, na klar! Da ist so ein Ding davor! Hä? Ich bin jetzt hier gerade... Ich hab die Tür schon weg! Hä? Die geht, das geht, das ist voll... Ich bin tot! Was? Hä, das ging bei mir nicht! Ich konnte die nicht wegmachen, diese Holzbretter! Das war ja richtig schlecht! Wir brauchen anscheinend den hellblauen Schlüssel! Was auf jeden Fall echt... Hier ist ja alles schon aufgehauen hier! Guck mal, das sieht so aus, als würde man... Oh Gott, da ist der Hund! Ja, ich weiß das! Hier, hier, hier! Ich lauf dran vorbei! Hier musst du aufhauen! Da! Aber hier ist der Schlüssel, hier ist der Schlüssel! Ich hab ihn! Ja, und ich hab hier den Morph! Den SpongeBob Morph! Lol, was hast du denn da gesehen zum Aufhauen? Ja, da war so ein... Da war so ein Ding... Ach ja, stimmt! Du hast recht! Spongebob Morph! Ja man, alter! Du musst das mal sehen, ne? Dann lass mal... Ne, ich glaub nicht! Dann lass mal hier durchgehen! So! Und... Aha! Der Dodge im Buff! Ja, ja, ja! Sehr, sehr gut! Sehr, sehr gut! Haben wir am Start, dann wieder zurück hier! Und ich glaube... Warte mal in die andere Richtung! Hier hinten lang, ne? Genau, lass mal hier lang laufen! Pass auf hier mit der Tinte! Nicht berühren, nicht berühren! Ich weiß, ich weiß! Die Tinte davon... Ah, nicht berühren! So, jetzt hier vorne... Oh Gott! Ich weiß, hier war Flopper! Pass auf, pass auf! Flopper, komm, Flopper, komm! Alter! Hey, du hättest doch genau berühren! Komm schon, noch mal, noch mal! Ich fixe das Ganze mal ganz kurz! Irgendwas hab ich jetzt hier gefixt! Ja, ja, was haben wir repariert! Hier, das Tor! Das ist alles aus! Aber da war ich schon, da war ich schon! Das ist dann, glaub ich, irgend so ein anderer... Oh, wir haben noch richtig viele... Wo sollen denn alle sein? Was kommt denn hier alles noch? Sag mal! Warte mal, hier, ich bin jetzt hier grad bei so'n... ...blauen... Hier ist... Oh, hier ist ein Moth! Sag mal! Oh ja! Oh, aber ganz... Punkt Echse, ne? Ja, Punkt Echse auf jeden Fall! Ah! Oh nein! Sag mal, ich dachte, ich kann da drauf laufen! Zum Zugfresser geht's hier hin! Was? Wo steht das? Hier geht's zum Zugfresser, steht da! Wo, 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 wo? Komm mal wieder! Hier, hier, komm her! Hier, die eine der Rutsche geht zum Zugfresser! Oh mein Gott, letztes Mal war die blaue Rutsche die falsche und jetzt kann man anscheinend die blaue Rutsche nehmen und zum Zugfresser... Ja! So? Wieso redest du denn da? Nehm' nicht die blaue! Nein! Mann, zu spät! Ja, okay, also letztes Mal musste man auch die rote nehmen, aber ich dachte, das ist die blaue vielleicht... Okay, dann lassen wir zur roten Rutsche... Aber was, letztes Mal auch der Zugfresser, der da direkt war? Ne, ne, da war, äh, ein anderes Monster, was ich mir geholt habe... Okay, dann rein in die rote, so... Okay, lass mal rote Rutsche! Rutschen! Ja, runter hier! Wow! Ah! Guck mal hier! Lol, da ist der! Da ist er! Oh mein Gott! Was kam der da rausgepest? Oh, ich nehm' mir den schnell und... Ja, Mann! Zugfresser haben wir auch abgeschafft! Ich hab' einen Flammenwerfer! Schieß! Ich hab' einen Flammenwerfer! Schieß! Ich seh' das Feuer leider nicht, aber trotzdem krass! Kann ich da... Hast du den Moff schon geholt? Äh, ich hab' den Moff jetzt auch geholt, was ist denn jetzt hier vorne? Wir haben jetzt hier... Warte mal! Da kommt man nicht zurück, steht da... Oh, warte mal, hier kann man jetzt durch, das kommt man letztes Mal nicht! Ah, lol! Okay, dann lass' mal durchgehen hier... So, oh ja! Oh Gott! Ey! Pass auf! Neuer Moff auf jeden Fall! Oh mein Gott! Oh, super! Oh, super! Oh, super! Alter, das war'n weiterer Sprung! Ey! Das ist Shaggy! Das ist Shaggy von Scooby-Doo! Ja, Mann! Einfach Shaggy! Ah! Oh, nein! Kein Problem, wir können ja wieder zurückgehen, glaub' ich! So, durch hier! So, ich glaub' für dich ist hier auch noch irgendwo ein Moff, ne? Wir können jetzt hier für dich... Ja, irgendwelche, die ich noch nicht übersehen habe... Hier durch, oder was? Ich glaub' du musst die richtigen Farben so quasi entdecken... Ah, ich hab' jetzt... Ah ja, ich hab' noch zwei Farben fehlen! Hier drüben, warte mal, die hab' ich noch hier, so... Die musst du einmal berühren, die ganzen Sachen! Das heißt, hier... Eine Farbe fehlt mir nur noch! So, hier jetzt hier... Okay, das heißt, die ist an der Decke jetzt hier! Die ist an der Decke! Gut gesehen! Danke für den Tipp! Ey, wer ist das denn nochmal? Pippi! Oh mein Gott! Rennen die... Hey! Dann will ich draufgehen! Doch! Oh mein Gott! Ey, du hast den... Konntest du den Kehlen? Lol! Okay, lass' mal... Wollen wir hier vorne langlaufen in dieses... There's no coming back? Ja, ja, lass' mal da reingehen, vielleicht sind wir wieder neu im Moff-Spiel! Ohhhh! Ja, wir sind wieder oben! Ah, okay! Guck mal, hier geht's auch noch lang hier vorne, oder komm wieder her? Ja, lass' mal links lang gehen, lass' mal links lang gehen! Hier ist ein grünes Schloss! Hier ist auch ein Moff! Oh Gott! Warte, der obere Moff, den kann ich gar nicht! Im Pool! Okay, ich komm hinterher! Warte mal, ich muss mir auch noch den Moff hier holen! Ich hab mir den gar nicht geholt gerade! Warte mal, okay, warte! Ich hab jetzt hier ein paar neue Moffs, aber es fehlen mir immer noch relativ viele! Mir fehlt so ein Teletubby, McDonalds, Patrick... Ich guck auch mal hier! Ey, das sind auch schon einige, ne? Ey, das sind auch schon einige, ne? Ich bin in das Spiel reingegangen, Kaspar! In das Video? Oh ja, ich seh's grad! Ins Videospiel hier, ne? Oh, jetzt müssen wir uns aussuchen, in welche Richtung wir gehen! Warte mal! Warte, hier sind noch Fragezeichen! Da hinten! Guck mal! Hier, da war auch was! Da war grad ein Monster! Ja, ja, ich weiß! Erstmal ganz kurz hier links rum gehen! Ja, was haben wir hier? Oh mein Gott! Was ist da? Oh Gott, Piggy? Ja, Piggy sind wir hier gerade! Hier muss aber sein, hier ist ganz cool! Lass' mal schnell durchchecken nach Moff hier! Hier ist locker irgendwo ein Moff versteckt, ich weiß! Da muss hier irgendwo sein! Oben, oben, oben! Denkst du oben? Check du mal oben ab! Ich check mal ganz kurz! Hä? Achso, ich dachte, du bist grad hochgegangen! Nein, nein! Oder im Keller! Oder gibst du denn keinen Keller? Aber hier muss ein blaues Schlüssel, hier muss ein blaues Schlüssel eingegeben werden! Ähm... Gute Idee! Kriegen wir den blauen Schlüssel her? Wollen wir mal draußen gucken? Warte mal, du musst dir den blauen Schlüssel irgendwo herholen? Ist da vielleicht hier im Gemälde drin? Oh mein Gott, der ist im Gemälde drin! Was? Ich wusste, dass hier was ist! Ich wusste es! Ey, wie krass ist das? Ich hätte echt nicht gedacht! Ich wusste, dass da was ist! Oh mein Gott! Oh! So, dann lassen wir hier in die blaue Tür reingehen! Dann kriegen wir locker einen krassen Morph oder so! Oh! Peppa Pig! George! Ah, jetzt haben wir den anderen grad bekommen! Sehr gut! Dann lass mal wieder raus hier! Und auf die andere Seite war da noch jemand! Auf die andere Seite! Save! Hier ist in der anderen Schlüssel! Bei mir! Ja, ja, okay! Hopp, hopp, hopp! Ich lock ihn weg! Ich hol den mir mal ganz kurz! Oh, ich mach den auf die Tür! Alter! Ich hab den lila den Schlüssel jetzt hier und den lass ich... Hier ist das Baseball Morph oder sowas! Wer ist das denn, Jake? Hast du Baseball Morph? Achso, dieses Ding aus dieser Serie! Adventure Time oder sowas, ne? Ja, ja! Das ist ja der eine auch recht gewesen! Wollen wir uns hier... Ganz kurz nochmal den Sonic Pool Exe holen hier! Den meintest du jetzt hier irgendwo? Ja, ich glaub da kickt man sogar noch zu'n anderen! Also... Hier sind sogar zwei Wege! Der rechte da war, glaub ich, nie was! Er sieht dich, sag steht! Oh mein Gott, da ist Sonic! Ja? Ich lauf durch! Er ist hinter mir her! Verdammt! Er ist richtig schnell! Pass auf! Oh nein! Oh nein! Ich seh hier noch einen Morph! Wow! Wer hat mich? Ich hab's! Ich hab's! Oh Gott, er kommt! Alter, der ist voll schnell gerade! Durchziehen! Durchziehen! Ich guck mal, ob hier noch irgendwer versteckt ist! Weil ich brauche echt noch viele Morphs, muss ich sagen! Hier ist doch garantiert noch irgendwas! In der Ecke ist nichts versteckt! Okay, also krass! Hätte ich nicht gedacht! Also ich hab nämlich noch ordentlich Morphs über! Die noch irgendwo versteckt sein müssen! Vor allem so ein McDonalds-Typ! Das Backrooms-Monster gibt's auch noch... Es gibt auch noch Backrooms-Girl, ne? Seh ich gerade! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Sonic! Lass mal rechts rum gehen! Lass mal rechts rum gehen! Letztes Mal hab ich auch rechts rum gegangen! Aber da war... Nichts! Ja, lass mal rechts lang laufen! Also pass auf! Mir fehlen noch ordentlich welche! Also... Ich lass hier auch keinen Patrick habt, ne? Auch so... Hier ist irgendwo auch noch Ronald McDonalds! Also hier müssen noch einige sein! Ja, Ronald McDonalds! Die brauche ich auf jeden Fall auch! Also der... Mir fehlt auch noch... Äh... So ein Ding! So ein Teletubby fehlt mir! Das muss hier... Ja, mir auch! Der Teletubby fehlt mir! Hier lang vielleicht! Also genau! Ready! Oh, warte mal! Elevator! Oh, das ist neu! Hier links noch ein Morph! Backrooms-Girl! Ja, sehr gut! Lass mal in den Elevator rein! Hier in den Fahrstuhl! Ja, ja! Und dann... Oh! Ich hab drauf gedrückt! Wow! Oh! Oh! Oh mein Gott! Hier gibt's glaube ich den Teletubby! Der Teletubby! Ja! Oh nein! Berühre nicht das Glitschige! Oh nein! Okay! Oh nein! Durchziehen schnell! Ich hab nen Flammenwerfer! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab aufgemacht! Sehr gut! Komm rüber! Komm rüber hier! Oh, da ist der! Hä, nein! Da drüben ist der! Wir müssen aber hier einmal rumlaufen glaube ich! Ja! So rüber und dann zack! Hier durch! Du kriegst nicht mal den Teletubby! Lol! Das ist nicht mal der Teletubby! Du hast recht! Ich bin gestorben! Oh nein! Ich bin dagegen gekommen! Okay, warte mal! Hier ist ein geheimer Gang! Und da ist der Teletubby! Oh nein! Das glaube ich nicht! Und nein! Ich bin auch gestorben! Aber ich hab den Teletubby zum Glück jetzt! Wow! Schnell komm her! Da sind zwei Happy Meals! Wie komm ich denn hier wieder hoch? Wie komm ich wieder hoch? Komm zum Spawn! Komm zum Spawn! Wir müssen jetzt hier in so einen Raum gleich rein! Da müssen wir uns zwischen zwei Happy Meals entscheiden! Und nur einer von uns ist der Ronald McDonald! Ach da kriegst du dann Ronald McDonald! Okay warte mal! Du bist jetzt beim Aufzug ne? Ja ja! Dreck vom Aufzug! Wo Reddy stand! So! Reddy ja! Sehe ich! Ja genau! Jetzt müssen wir hier das Ding aufmachen! Und jetzt geht anscheinend das Tor hoch! Und das müssen wir uns entscheiden! Los! Zwischen zwei Happy Meals! Ich in das rechte hier! Kommt! Zack Alter! Ich hab mich jetzt entschieden! Das rechte ist es! Ja ich muss linke! Und zack Alter! Das war das linke! Das siehst du aber wieder daran! Dass das einfach... Dass hier du gar nichts drücken konntest bei dem rechten! Ja ja ich weiß! Du kannst gar nichts drücken! Das Tor geht zu! Schnell komm raus! Nein! Komm raus! Ich hab den! Ich hab den Wurf! Ja ich hab den doch auch! Wie du hast den auch? Ich hab den auch! Hä du... Ich hab den auch den... Den Morph! Den Ronald McDonald Morph! Hä hast du den linken genommen? Ja ja! Ich hab auch den linken genommen! Was ist... Den rechten genommen? Was ja dann passiert! Der rechte bringt ja nichts! Der rechte bringt ja nichts! Mach du das Tor wieder auf! Ich bin hier gefangen! Ich mach das Tor auf für dich! Komm mal raus hier! So! Okay okay! Sehr gut! Dann fehlen wir noch! Oh Gott lass mal hier bei Reddy lang! Ja Reddy hab ich schon! Reddy ist so leicht zu bekommen! Aber ich frag mich gerade... Warte mal! Ich hab jetzt... Kann ich mich schon morphen? Aua! Natürlich kannst du dich morphen! Wow! Du siehst aus wie Reddy! Jetzt weiß ich gar nicht wer wer ist! Ja! Alter wie du aussiehst! Guck mal ich bin jetzt der Zugfresser! Alter wie cool ist das denn? Das können wir... Sogar mit den Beinen und so ne? Kannst du so rumlaufen! Das ist richtig verrückt! Warte mal ich will mal Dings werden! Komm mal auf hier! Ähm... Ich will mal hier! So Reddy! Zack! Hab ich auch Reddy am Start! Sehr sehr gut! Ohoho! Der hat das gesehen dass ich in seinen Käsebau rein bin! Okay! Was hast du da? Alter Lightning McQueen! Okay! Okay! Lass mal durchziehen! Warte mal! Ich mach mir auch mal kurz ein! Na 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 na! Mir fehlt noch so fünf Sachen! Aber wo können die alle sein? Lass mal ganz kurz hier lang gehen! So hier rüber springen! Ja! Und dann... Uh! So! Okay! Hier könnte man... Hier muss es noch irgendwo hingehen! Oh mein Gott! Ich weiß ja ob man hier vielleicht die Tür auswählen soll! Ben! Oh komm! Zack! Oh nein! Ben oder Cat! Rick Roll oder... Nein! Es war was Falsches bei mir! Auto oder Train Eater! Oh mein Gott! Das war doch nicht falsch! Nein! Das war doch nicht... Da ist was richtig krasses! Hä wieso? Ich hab das schon gemacht! Achso! Okay! Schade! Ich wollte dich ein bisschen veräffeln! Also echt! Oh mein Gott ey! Ich such grad noch andere Morphs, die ich finden muss! Aber ich find die grad nicht! Fünf Stück! Irgendwo versteckt! Ich hab hier noch so was mit der grünen Tür! Was ist denn das für ein Gang hier? Wieso? Komm mal zu diesen Rutschen hier! Siehst du das? Warte mal! Bist du schon rein in die grüne Tür hier? Hast du den Grünschlüssel geholt? Ich glaub ich war da schon drin! Aber ich glaub das ist noch irgendeinen den ich übersehen habe! Alter! Oh mein Gott! Hier ist das Backrooms Monster! Oh mein Gott! Oh! Wow! Das war knapp! Ah warte mal! Komm mal! Ich kann hier ne Tür aufmachen! Ja! Warte mal! Ich hab Floppy geholt! Ach hattest du Floppy noch gar nicht? Ne! Ich hab Floppy grad zerquetscht! Achso! Lol! Ja! Ich mach jetzt hier mal ganz kurz so ein Tor auf! Komm mit hier! Ich mach das Tor jetzt mal auf! Und ich glaub ich hab da locker einen Morph übersehen! Weil ich musste noch fünf Morphs sehen! Es muss so sein! Ich denke auch! Oh Gott! Pass auf hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Kein berühren! So! Ich hab Save hier Patrick oder so übersehen! Alter! Was ist denn das für ein krasses Haus jetzt? Ich weiß! Das ist richtig heftig! Hier ist das Shrek! Warte mal! Ist hier noch was? Ist hier irgendwas was du übersehen hast? Hier musst du irgendwo Patrick glaube ich sagen! Shrek! Okay! Genau das noch! Aber das Ding ist Shrek! Nimm das Brett jetzt hier! Das Shrek ist jetzt direkt vor uns! Jetzt müssen wir hier rüber gehen! Weil ich glaube ich hab da locker noch irgendwie so ein Patrick übersehen! Also wenn du so ein Brett da hinbauen kannst dann ist da garantiert noch was! So! Oh! Den hab ich übersehen! Ich wusste ich hab einen übersehen! Wie? Das ist der hier! Lol! Oh Gott! Was macht den Shrek? Hä? Ich hab grad gesagt ich hab ihn übersehen und du rennst einfach weiter oder was? Warte mal! Sehr gut dann! Aber da ist doch safe call noch irgendwas! Jaja! Hier hinter sind auch welche! Aber das Ding ist ich hab jetzt auf jeden Fall schon... So! Zack! Rüber hier! Oh Gott! Hier ist echt ein neues Monster glaube ich! Was? Ich hab ein neues Monster! Was ist das? So ein Hund! So ein Hund! Ich frag mich aber echt grad wo die sein können! Gute Frage! Also ich glaub ich hab hier noch einige übersehen hier unten im Haus! Hier müsste ich welche übersehen haben! Ja ich guck auf jeden Fall grad alles an jetzt hier! Ob die irgendwo... Ich glaub hier muss ich lang gehen! Das Bienenmonster hat mich eben schon gekillt! Ey hau ab du blödes Bienenmonster! Hier ist nichts! Das auch nichts! Hier ist das Portal! Ich glaub hier grad auf jeden Fall ich check grad alles bisschen ab so! Jaa! Hier kann man so straight! Die müssen halt irgendwo undercover versteckt sein ne! Anders geht das nicht! Ja ich weiß! Die müssen echt also... Das Ding ist davon ist doch nur eins neu! Ich muss irgendwie Patrick finden? Mir fehlt auch noch Spongebob.exe hast du den schon? Den hatten wir eben eigentlich gefunden! Spongebob? Ah ja stimmt! Den haben wir gefunden! Ich guck mal ins Portal rein! Aber ich glaub da war... Ne hier war nichts ne! Naja aber auf jeden Fall trotzdem krass was wir bisher gefunden haben! Ja muss ich auf jeden Fall auch sagen! Also ich würd sagen dann suchen wir auf jeden Fall die anderen in der nächsten Episode! Ey mir fehlt auch nur noch ein einziger glaube ich ne! Einen oder zwei fehlen mir nur noch! Was? Dir fehlen doch richtig viele! Hä ne mir fehlt nur noch ein... Ne stimmt mir fehlen ein! Nein scroll mal runter! Die fehlen doch richtig viele! Ja ja ja! Na gut okay! Dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal! Das soll's gewesen sein Freunde! Wenn ihr davon mehr sein möchtet wir immer noch andere finden! Und deswegen wir warten auf jeden Fall noch auf ein Update! Lasst gerne ein Like und ein Abo da! Checkt die beiden Videos aus! Haut rein bis morgen! Ciao ciao!